Warum... du lächelst? Das gibt's doch mal nicht. Ich glaube, sie wollen, dass wir sie finden. Dies sind Bilder von archäologischen Ausgrabungen auf der ganzen Welt. Antike Zivilisationen, zwischen denen es keinen Kontakt gab. Und doch taucht überall das gleiche Piktogramm auf. Mesopotamia, Azteken, Höhlenmalereien aus Frankreich. Das ist eine Sternkarte. Nein, keine Karte. Eine Einladung. Prometheus ist gelandet. Wie weit würden sie gehen, um ihre Antworten zu bekommen? Was wären sie bereit zu tun? Prometheus, seht ihr das? Großer Gott. Die hatten recht. Was ist das? Da war gerade ein Ping. Was für ein Ping? Kilometer westlich von euch. Bewegen sich die Dinger? Das ist der Stingel. Die sind von innen geöffnet worden. Ich stehe jetzt schon mal im Anzug. Komm mal im Anzug! Was zum Teufel ist der Atemlos? Bringt sie um. Hört ihr mich? Wenn sie es nicht aufhalten, gibt es kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Das ist das, was zum Teufel ist der Atemlos. Das ist das, was zum Teufel ist der Atemlos. Was ist das, was zum Teufel ist der Atemlos. Ich glaube, es wurde das. Und wenn das, was zum Teufel ist, Das war nicht mit dem Schlecht.